Künstliche Intelligenz, kurz KI, umfasst Technologien, mit denen Computer menschliche Fähigkeiten wie Sehen, Hören, Analysieren, Interpretieren und Handeln ergänzen und stärken. Es wird bereits seit Jahrzehnten an KI geforscht und der Fortschritt in den letzten Jahren beruht größtenteils auf drei Entwicklungen. Das sind mehr Daten, mehr Leistung beim Cloud Computing und leistungsfähigere Algorithmen. KI-Technologien ermöglichen uns große Datenmengen zu analysieren, zu interpretieren, daraus Muster zu erkennen und damit Entscheidungsgrundlagen zu erstellen. Damit können wir Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit entwickeln.